Musik Nun hallo und schönen guten Abend. Ich bin de Rosi Jux. Vielleicht kennt mich der ein oder andere noch von der Gartensport Silberlöckchen vielleicht. Heute sind wir aber bei mir zu Hause. Ich möchte in die Zukunft schauen. Und vielleicht hilft uns hierbei die Kugel. Ich habe da schon was vorbereitet. Hallo Kugel, sag mir doch mal, was in der näheren Zukunft so passieren könnte oder wird. Ich kann schon was sehen. Um Gottes Willen. Das ist ja, was ist denn das? Ein selten hässliches Gesicht. Das bin ja ich. Na gut, das war die weit, weit entfernte Zukunft. Und was passiert in der näheren Zukunft? Liebe Kugel, sprich zu mir. Ich kann dich noch nicht so genau hören. Irgendwas mit Rennen vielleicht? Rennen? Was hast du gesagt? Hä? Ich werde verbrennen. Du spinnst doch. Ach, ich werde mich verbrennen. Die will es beschehen. Na gut.